Hallo und herzlich willkommen zur sechsten Folge von The Western Front Armies. Wir spielen mal wieder Oberkommando West. Spielen, ich glaube, 4v4. Ja, 4v4. Irgendwie, ich weiß nicht warum, aber es ist im Moment echt schlimm mit dem laggen, mit dem buggen und bla bla bla. Also irgendwie gibt es da echt Probleme aktuell. Egal, wir sind jetzt auf jeden Fall drin. Wir spielen zusammen mit Sador, mit Kampfgruppe Rival, mit Hans, nee, mit Überhans. Das sind alle Oberkommando West. Spielen gegen Lucky Day als Ami. Oder Huseper auch Ami, Oval Situation auch Ami und Sophistimisiated oder irgendwie so einen ähnlichen Kack als Sowjet. So, und wir werden jetzt erstmal gucken, dass wir hier... Hallo, was ist denn los hier? Irgendwie leckt das gerade ein bisschen. Ähm, ja, wir werden jetzt auf jeden Fall gucken, dass wir hier vorne gleich direkt unsere Base aufbauen. Das ist denn hier so direkt hinter dem Haus. Das wäre schon geil. Noch dürfen wir nicht. Noch dürfen wir nicht. So, jetzt. So, mal gucken wir hier. So, jetzt dürfen wir. Dann wollen wir mal. Und dann werden wir gleich mal einen Kübelwagen kaufen. Ich habe ja eben schon ein Spiel gemacht. Das ist nur leider... Da haben wir die Audiospur mal wieder abgeschmiert. Das ist ganz toll. Ich das liebe, muss ich sagen. Aber ich scheiße auf Kübelwagen. Wir brauchen dann nochmal 300... Für die Dings. Für das Nachrüsten. So, geht mal schön ran. Wenn wir hier die Möglichkeit haben, dann... Geht ihr auch mal ran. Dann nehmen wir nämlich mal einfach hier das Gebäude ein. So. Super. Dann können wir gleich mal umrüsten. So. Das gehört hier so... So wollt man schon mal uns. Auf der rechten Seite sieht es nicht ganz so gut aus. Ey. Auch mit dem Gelegger hier. So, dann der Scheiß. So. So. Das ist uns. Wie ich mir schon gedacht habe. Kommen wir ja gleich mal hier rüber. Und da und so ein bisschen Bright machen. So. Man hat gar keine Chance im Moment. Na, komm schon. Mach eine. Zack. So. Dann können wir uns jetzt auch einen Kübelwagen holen. Oh, wie die auf die Nase kriegen. So. Ja. Oh, da kommt wieder was. Da kommt wieder was. Oh, der Pioniere mit einer Waffe ausgerüstet. Ob das so schlau war. So, die kann sich noch mal eben schnell verpieseln. So. So, die können sich nochmal eben schnell verpieseln holen. Ich kann mal gucken, dass wir hier in die Mitte mal kommen. So. So. Wow. So. Wow. So. 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 Dann können wir jetzt auch nochmal hier drüben einfach mal rüber. so. So. Dann können wir nämlich da auf jeden Fall mal richtig schön aufräumen gehen. so. 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 Na. So. 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 Dann hoffe ich doch jetzt mal, dass ihr da jetzt mal ein bisschen... Oh. Verräumt. Wollte ich grad sagen. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Mach ihn weg. Hallo. Sag mal. Egal. Ach. Nett. Haben sie einfach. nochmal eiskalt den Lieutenant weggeschossen. Oh. Auch in Ordnung. Auch gleich noch mitgenommen. Kann man das auch nehmen? Ne. So. Und dürfte das ja dann hier auch uns gehören. Na. Na komm. Haut ab. Jojo. Der ist auch schon fertig. Ja. Das wird ja auch schon fertig. hier ein relativ einfaches Spiel werden, wie es aussieht. Du. 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 Geht mal hier rüber. So. Das sieht auch gut aus. Haben wir den noch. Oh. Den könnt ihr mal wieder verwerten. Auch wenn das eine gute Deckung ist. Ist mir jetzt egal. Jawohl. Zack. Noch mal ein bisschen Treibstoff. Ach. Da könnt ihr noch mal eine Granate hinhauen. Äh. Ne. Könnt ihr nicht. Okay. Dann lasst ihr das halt. So. Ich würde jetzt gerne mal langsam hier irgendwie irgendwas aufs Feld kriegen. Du. 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 Das war jetzt schon bitter. Oh so. Komm hier. Oh ab. Komm einfach ab ihr Schweine. Ach. Was, schon eine nette Fähigkeit. Muss man ja sagen. Gut. Oh. Naja. Egal. So, wir sollten das ja wohl hinkriegen. Sieht genau so. So, jetzt haben wir wieder ganz gut was auf der hohen Kante. Was machen wir denn damit jetzt? Was machen wir mit der Knete? Erstmal auf jeden Fall gleich umbauen. Das ist auf jeden Fall schon mal klar. Kann man das hier setzen? Ja. Sehr gut. Okay, das dauert alles noch. So, dann werden wir mal hier durch. Der ist noch am Laufen. Laufen alleine, am Fahren. Düm, 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 düm. Ja, hier oben ist definitiv sicher. Da, können wir uns ein Panzerchen leisten. So. Hier auch bitte weiter kämpfen. Gehen wir mal hier so hin. Puh, puh, puh. Einmal rüber da. So. Was ist das eigentlich? Ach so, wenn die aufgestiegen sind, können die da was machen. So. Überrennt sie mal. Laufen wir schon weg. Mit hinten wird das hier auch. Gehen wir mal hier hin. Truppen gehen auch mit. Äh, vernehmt die Netze überhaupt ein. Äh, die hinten einnehmen sollen. Jawohl. Kaffschad, nur Rechnungen zufolge. Hat gereinigt 300 Punkte. Okay. Ich würde sagen, da gehen wir jetzt einfach mal in die Seite rein. Soweit es geht. Da hat er sich dasselbe gedacht. Da hat er sich dasselbe gedacht. Bum, 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 bum. Und er wird sich da wohl sammeln. Ne, doch nicht. Okay. Ja, zieht sich zurück. Na, der, ne. Ist ja auch schon eingenommen hier. Oh, guck mal. Zum Aufklären haben sie sich hier was hingebaut. Die Schweine. Er ist schon wieder da hin. Das gibt's aber nicht. Nervensäge. Oh. Haben wir noch mehr? Da kommen noch mehr. Ui, 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 ui. Das wären jetzt aber dann doch mal ein paar mehr. Aber. Oh. Da haben wir einen Trupp verloren. Schwanerei. Da werden wir so auch wohl nichts werden. Ein Trupp verloren. Das gibt's aber nicht. Hören wir gleich nochmal zwei Truppen nach. Bum, 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 bum. So bist du eigentlich nicht aufgebaut. Solltest dich doch schon lange aufbauen. So. Jetzt gibt's hier ein bisschen Sperrfeuer. Nice. Bum, 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 bum. Oh, die Sturkschieße war... Der Panzerzerstörer 4, Panzerjäger 4, wie auch immer. Schießt aber ganz schön lahmarschig. Müssen wir ja mal sorgen. Mh, 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 mh. So. Dann sollten wir jetzt mal... ...nachrücken. Oh, was ist denn da? Habe ich genau gesehen, dass er da irgendwas machen will? Irgendwas will er da machen. Da kommt es. Ach. Warte, dass ich da einfach mal ne Pakt schnappe. So. Nein. Damit. Warum? Warum, warum, warum? Gibt's aber nicht. Glaube. So, wir sollten uns mal eben verziehen. Sollten wir jetzt hier nicht verlieren. Wir haben ein bisschen beruf. So, hopp, hopp, hopp. Mach die mal kaputt. Dann ist schön. Dann könnt ihr euch das Ding mal krallen. Oh. Hopp, 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 hopp. Dann müssen wir noch mal eben schnell hier. Gut, 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 gut. Kannst dich auch noch mal verziehen. Holy moly. Huch. Sollte ich euch schon lange verpisst haben. Lü, 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 lü. So. Macht mal Henne hier. Müssen wir wieder zum Punkt ran. Näh. Müsst ihr das halt machen. Dann müsst ihr das machen. Lü, 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 lü. Oh. Komm mal, Fahrtschirmjäger. Das ist nicht sehr nett. Dann fängt. Oh. Kommt da sogar jetzt mit dem Panzer an hier. Na gut, dann müssen wir jetzt wirklich mal ein bisschen... ...bisschen gegenhalten hier. Oh, wir sollten da aber auch wieder auf den Panzer halten. Oh, was macht der denn da? Wow. Jetzt geht's aber los hier. Jetzt geht's aber los hier. Gib den mal. Schnell, schnell, schnell. Oh, sauber. Puh, 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 puh. Ne, ne, ne. Ich hier irgendwie... ...überrennen lassen. Der kann schon nach vorne. Die müssen nachgerüstet werden. Die auch. Der kann auch nach vorne. Und der auch. So, und dann werden wir jetzt mal wieder ein bisschen gegen drücken. Wo bedet der nicht hier? So. Sehr schön. Da haben wir eine Panzerabwehrwaffe. Das ist doch nett. Danke für die Waffe. So. Wieso sind die noch nicht ganz nachgerüstet? Oh, der Scheiß. So. Bom, 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 bom. Was machen wir denn jetzt hier mit unserem Staff? Sagen, dass wir jetzt wirklich einfach nur erstmal versuchen, das Ding hier zu sichern. Dann können wir immer noch mal gucken. Puh, 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 puh. Was den da mal irgendwie geben? Hm. Ganz schön, aber. Der Scheiß, Traumigam. Au, au, au. Jetzt haben wir sie aber. Zumindest so halbwegs. Jetzt müssen wir die noch irgendwie wegkriegen. Das ist ja auch noch so ein kleines Problem. Oh, 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 oh. So, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben. Nicht sterben. Ja, ihr seid jetzt schon festgenagelt. Dann könnt ihr auch mal weg. Oh. Noch mal hier so ein bisschen aufbauen. So. Wieder schön ran da. So. So. Wollen wir doch mal gucken hier. Uns da jetzt nicht mal irgendwie... Äh, Panther. Ich weiß nicht. Nee. Panther mag mich nicht so. Nee. Schon fast gesetzt, die Schweine. Hupala. Hupalalala. So, jetzt macht mal bitte hoffentlich hier so irgendwie gar mal was kaputt. Nämlich so langsam mal echt Zeit. Wieso ist da rot? Wieso ist da rot? Wieso ist da aber? Döp, 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 döp. Wir gehen aber auch mal. Hopp, hopp, hopp. Hopp, 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 hopp. Jetzt mal abhauen. Oh, fuck. Das war jetzt gemein. Da hab ich nicht mit gerechnet. Das geb ich zu. Da hab ich nicht mit gerechnet, dass da auch noch welche sind. Naja. Können wir jetzt aber nichts mehr gegen tun. Bum, 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 bum. Kommen wir ein bisschen ran hier. Oh, wir sollen uns hier eiskalt festnageln. Oh. Wieso können wir das denn nicht? Wegen Munitionsmangel. Oh. Da ist einer raus. Von den Gegnern. Hm, ne. Oh. Da war sie sogar eiskalt mit der Fähigkeit zurückgeschickt. Da muss er gerade gar nichts gegen tun. Okay. Ja gut, wenn das so ist, dann warten wir jetzt mal auf unseren Königsstiger. Der ist ja bald schon wieder soweit. Bum, 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 bum. So. Nach vorne mit euch. Meine Güte. Ran, 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 ran. Oh, was ist denn da für eine Horde? Tööö. Da ist ja eine richtige Horde unterwegs gerade. Da kommt aber noch irgendein Panzer an. Da vorne. Da. Ui, 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 ui. Fallschirmspringer, props und so weiter und so fort. Nein. Nein, 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 nein. So einfach machen wir das nicht. Muhaha. Da guckst du ein bisschen blöd. Überlebt aber. Bum, 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 bum. Ist ja auch noch irgendwas panzeriges. Bülülülül. Da. Jetzt ist die von da. Mal er von da drüben. Oh. Oh. Das war jetzt aber Massenzurückzug. Einen Druck haben wir verloren. Aber egal. Das müssen wir jetzt durchhalten. So. Nach vorne wieder. Und unser Tiger nicht vergessen. Oh, fuck. Haben sie hinter uns das Gebäude eingenommen. Die Schweine. Okay. Alles gut. Ui, 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 ui. Das war aber jetzt hier ein ganz schön langer Kampf. Das geht unterab. Okay, das ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde. so. So. Jetzt drücken wir hier nochmal gegen. Bum, 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 bum. Haben wir auch schon wieder ganz gut Manpower zusammen. Machen wir uns hier nochmal einen Krop. Bum, 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 bum. Haben wir sie weggedrängt. Mh, könnt ihr eigentlich mal hier das Ding holen. Haben wir gleich noch einer. Zack. So. Stellen wir das Ding mal hier so hin. Dumm, 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 dumm. Reparieren kann man das Ding auch noch. Die andere auch. So, jetzt haben wir wieder Uh, Königstiger. Jetzt können wir wieder quasi mal ein bisschen ausschlaufen. Da haben sie nämlich den Punkt jetzt auch. Aber wobei die werden wohl auch gleich wieder rankommen. Naja, gucken wir mal. Das hier stört mich, dass die da immer mal wieder zwischendurch aufkreuzen. Nervt ein bisschen. Was liegt denn da? Oh, Maschinengewehr. Pupupupupu. Ah, da hinten. Oh, guck mal an. Was da rumläuft. Das ist aber mutig. Oh, war mutig. Das war nämlich das. Und dann werden wir jetzt mich doch noch mal hier rüber. Zack. Wollen wir nämlich jetzt einfach hier rüber schwenken. Was ist das? Was ist eine Waffe? Ne. Moment mal. Moment mal. Tup 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 tue. Tup tup tue. Die gehen dann hier rum. So. Was ist denn da in unseren Arsch reingelaufen? Aber wir haben es kaputt gekriegt. Lucky one. Die können das nicht. So, und gehen wir jetzt einfach mal hier rennen mit unserem königstiger an der seite die lüge was ist denn da wenn wir mal ein bisschen rüberfahren hier ein bisschen hallo sagen ein bisschen zügiger die fähigkeit ansetzen so moment mal so wie wir wohl nicht hier naja jetzt geht was wieder los super 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 und vorbei da haben sie aufgegeben ja gut wir haben jetzt auch quasi die linke flanke komplett eingenommen gehabt mit unserer basis und dann jetzt letzten endes da auch noch zugemacht das ist vorbei ja wieder einmal aufgestiegen level 11 jetzt ist ja nicht gerade sehr viel was man hier braucht zum aufsteigen also von daher ja war doch ein schönes spiel wir gucken uns auch noch mal die punkte karte an bin ich ja auch mal gespannt was die so vor sich hin sorgt na komm uha wertvollste einheit die panzer fertig geklaut haben ok ja was soll man dazu sagen ja 24.000 schaden gemacht 125 zu 81 ja man merkt dass das hier noch recht viele frischlinge sind und das jetzt alles erstmal wieder mit der elo und so hinkommen muss naja war trotzdem ein nettes spiel ich hoffe ihr habt soweit auch spaß gehabt und ja dann sehen wir uns langsam dann sehen wir uns beim nächsten spiel also bis dann